Die Plattform eGenius bietet aktuelles Wissen zu energieeffizienten Gebäuden und erneuerbaren Energien. Die Themen sind didaktisch aufbereitet, die Materialien flexibel einsetzbar, der Zugang einfach und offen für alle in sechs Sprachen, Grundlagen erwerben und Wissen vertiefen, Materialien und Bilder downloaden und gegebenenfalls remixen. eGenius ist ein Bestandteil der Ausbildungsinitiative des österreichischen Technologieprogrammes Haus der Zukunft. Das ist ein Bestandteil der Ausbildungsinitiative des österreichischen Technologieprogrammes Haus der Zukunft.